Kommen wir jetzt zu einer der schlagfertigsten Frauen in der Geschichte Berlins. Und die machte selbst den großen Goethe. Sprachlos. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Hier sind Tim Korschwitz und Jana Schmidt mit einer erneuten, sehr, sehr coolen Geschichte aus Berlin. Und ich würde fast sagen mit einer der ersten Feministinnen unserer Stadt. Ja, wir wollen euch heute ein Berliner Original vorstellen. Das ist eine Frau mit echter Berliner Schnauze, witzig und schlagfertig. Und die Geschichten über sie waren Gassenhauer, wurden in Zeitungen abgedruckt und in Büchern festgehalten. Es gab sogar ein Theaterstück über sie. Ja, und wer ist jetzt diese Dame? Hier starten Madame de Tietre. Madame de Tietre. Geboren wird sie im Jahr 1748 in Berlin als Marie-Anne Georges. Ihr Vater ist ein reicher Brauerei-Besitzer. Die Familie gehört der französischen Community an. Mit 33 heiratet sie einen der reichsten Männer Berlins, den Baumwollhändler Etienne de Tietre. Und so wird sie im Jahr 1781 die Madame de Tietre. Und die Madame gehört wirklich zur High Society. Sie trifft sich mit Adligen und Künstlern in Salons. Dort sprechen die meisten nur Französisch. Madame de Tietre spricht aber Deutsch, also genau genommen Berlinerisch. Der Dichter E.T.A. Hoffmann sagt über sie, sie sei die Einzige, die das Berlinerische mit Grazie sprechen konnte. Es gibt zahlreiche Anekdoten über sie. Teilweise mögen die etwas ausgeschmückt sein. Aber sie haben wohl einen wahren Kern und hier kommen die legendärsten. Platz 4. In dieser Zeit regiert König Friedrich Wilhelm III. Madame de Tietre kennt ihn selbstverständlich persönlich, ist klar. Eines Tages stirbt seine Frau, Königin Luise. Und Madame de Tietre drückt dem König ihr Mitgefühl so aus. Ja, Majestätken, es ist schlimm vor Ihnen. Ich meine, wer nimmt auch gerne in Witwer mit sieben Kinderkinds? Ja, das ist doch mal herzlich, oder? Kann man gar nicht anders sagen. Übrigens, eine Bürgerliche, die so frech mit einem Adligen sprach, war ungewöhnlich. Historiker sagen, dass Madame de Tietre durchaus für ein neues Bürgertum stand. Für eins mit mehr Selbstbewusstsein. Und sie war auch Feministin. In dieser Zeit, so um 1800, er kennt viele Frauen. Wir haben eine eigene Stimme und können unsere Meinung auch öffentlich äußern. Und Madame de Tietre tut das eben auch auf ihre Art. Platz 3. So, für den nächsten Tietre-Spruch kurz ein bisschen Vokabelhilfe. Nile oder Nilekin ist ein altes Wort für das männliche Geschlechtsorgan. Merken wir uns für diese Anekdote. Madame de Tietre besucht einen Wochenmarkt und macht am Fischstand halt. Neben ihr steht eine Dame, die nimmt immer wieder verschiedene Aale in die Hand, beschwert sich über die Größe und legt sie wieder zurück. Madame de Tietre nervt das Verhalten der Frau und sie sagt zu ihr, Madamekin, Madamekin, Aalekins sind keine Nilekins. Die können sie noch so oft in der Hand nehmen. Die wachsen nicht. Also, für alle nicht mehr die übersetzt, Aale sind keine männlichen Geschlechtsorgane. Die können sie noch so oft in die Hand nehmen. Die wachsen nicht. Kann man sich eigentlich mal merken, wenn man mal wieder irgendwie im Supermarkt jemanden findet, der ständig die Bananen abtastet. Oder die Gurken. Da ist das ganz ähnlich. Platz 2. Und natürlich trifft Madame de Tietre auch den großen Goethe und macht ihn kurz sprachlos. Eine Version der Geschichte geht so. Die Madame fährt nach Weimar, sucht Goethes Haus auf und besticht seinen Gärtner. Der lässt sie in Goethes Garten. Als der Dichter in den Garten kommt, kommt sie hinter dem Busch hervor. Kennen Sie mich? Fragt Goethe. Und die Tietre antwortet mit einem Zitat von Schiller. Großer Mann. Wer sollte den nicht kennen? Festgemauert in der Erde, steht die Form aus Lehm gebrannt. Goethe ist etwas verdutzt, antwortet aber, es freut mich, dass Sie meinen Freund Schiller ehren und geht fort. Übrigens, ob sie absichtlich ein Schiller-Zitat nahm oder nicht, ist nicht klar. Hinterher sagt sie. Dit macht ja nischt. Schiller und Jöte. Janse Jahl. So ein bisschen wie Mailand oder. Mailand und Madrid, Hauptsache die drei. Genau. Platz 1. Und natürlich hat sie auch im Angesicht des Todes immer noch eine große Klappe. Unter ihr Testament soll sie geschrieben haben. Wenn ich mir denke, wer von meinen Verwandten all dit schöne Jeld erbt, dann möchte ich am liebsten ja nicht sterben. Sie stirbt dann aber leider doch im Jahr 1827 und heute liegt sie begraben auf dem französischen Friedhof in Mitte. Bis 2015 war es sogar ein Irrengrab der Stadt Berlin, denn so die Begründung ihrer anekdotischen Gespräche trugen zu einer bürgerlichen Emanzipation in Berlin bei. Madame du Titre ist also wirklich, kann man sagen, ein echtes Berliner Original. 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.